Ich war damals nur ein Lieutenant, hab die Drecksarbeit gemacht. Chermobil, Weihnachten für die Bösen. Selbst zehn Jahre danach kommen sie hier noch an atomisches Material und zwar viel, inklusive einem gewissen Imran Sakhaev. Natürlich konnten wir das nicht zulassen. Geld für verbrauchte Brennstäbe? Klingt nach einem Vernichtungsrezept. Das war das erste Mal, dass unsere Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg einen Exekutionsauftrag erteilte. Ich stand unter dem Kommando von Captain Macmillan. Willkommen zurück zu Call of Duty vor 15 Jahren. Die geilste Mission ever. Ich liebe diese Missionen. Auf Veteranen sind sie natürlich auch wieder ein Krampf. Aber wird schon gehen. Zu hohe Strahlung. Wir müssen außen herum. Mehr nach. Bloß nicht auffallen. Ja. Vorsicht. Hier ist alles radioaktiv verseucht. Wenn du zu viel aufnimmst, bist du tot. Ja, ja, ja. Bereithalten. Das kann schwierig werden, jetzt hier unentdeckt zu bleiben. Hm. Kontakt. Feindliche Patrouille direkt vor uns. Unten bleiben und nur langsam bewegen. In unseren Tarnanzügen kann man uns nicht sehen. Wir nicht broden. Wir patrouillieren hier. Ja, warum patrouillieren? Einen ausschalten, wenn der andere nicht hinzieht. Wenn ich ihn sehen würde. Er ist erledigt. Gute Nacht. Bewegung. Wunderbar. Ich liebe diese geheimen Missionen, wo man unentdeckt bleiben muss und so. Äh. Voll geil. Moment. Auf der anderen Seite haben wir mehr Deckung. Vier Ziele sind drin. Denk nicht mal dran. Dort warten. Ziel am Wagen. Leise ausschalten. Oder ziehen lassen. Deine Entscheidung. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay. Los. Aufrücken. Ich sehe nur zwei. Ich bin überlegen. Die einfach. Sie haben uns. Feuer öffnen. Sie sind im hohen Gras. Ah, okay. Ja, komm, weiß wird. Aufrücken. Aufrücken. Keine Bewegung. Keine Bewegung. Da ist ein Posten im Kirchturm. Und eine Patrouille kommt von Norden. Nach oben. Da haben wir eine bessere Sicht. Wunderschön. Ziel nähert sich von Norden. Ziel nähert sich von Norden. Leise ausschalten oder ziehen lassen. Deine Entscheidung. Verdammt. Mein Gott, ey. Ey, irgendwie schiebt er sich vor und sowas, Alter. Das ist komisch, als wenn da so ein Aimbot drauf wäre. Was ist denn, ey? Was ist denn, ey? Safe! Safe! Hier oben ist auf jeden Fall so ein Ding. Hast du das gehört? Feindlicher Helikopter. Runter. Im Schatten bleiben. Los geht's. Mann, Mann, Mann. Das sieht ja aus hier. Walking Dead mäßig. Hehehe. Runter. Sofort. Und die Stelle ist auch ein bisschen. Knifflig. Langsam, Kumpel. Es sind so viele. Lass sie gehen. Bleib unauffällig. Und nicht feuern. Versuch, ihre Wege voraus zu sehen. Ich hab' keinen Bock, überfahren zu werden. Wenn du anfrieren musst, mach' es langsam und vorsichtig. Keine schnellen Bewegungen. Ich hab' keinen Bock, überfahren zu werden. Ich hab' keinen Bock. Ich hab' keinen Bock, überfahren zu bleiben. Ich hab' keinen Bock. Ich hab' keinen Bock. Okay, dann los. Sachte und ruhig. Hier die Stelle, die ist ein bisschen kniffliger. Mehr nach. Seht so aus, als hätten sie bereits alle erledigt, die sie nicht kaufen konnten. Nach oben. Da haben wir eine bessere Sicht. Es wird nicht leicht, sie auszuschalten, ohne die anderen zu alarmieren. Andererseits schleicht sich niemand an ihnen vorbei. Du bist dran. Ja. Das ist ja noch einer. Nein. Wen mach ich als erstes kalt, ist die Frage. Die zwei oder die anderen beiden? Ja. Ja. Ich könnte den Hintermann abknallen. Wenn die sich da bücken und... Ich hoffe, ich seid nicht zu spät schon dafür. Ja. 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 Hier ist gleich auch eine Datei. Moment, hier warten. Vorderer Bereich, sicher. Los. Psst. Eine Patrouille kommt hierher. Zurückbleiben. Sie haben uns. Feuer eröffnen. Ich wollte nur das. So wird das gemacht. So. Das ist halt gut, dass man hier zurücksetzen kann, ne? Moment, hier warten. Vorderer Bereich, sicher. Los. Ich bin ein Fahrzeug. Ich werde in diesem Bereich fahren. Du denkst, die Amerikaner beginnen mit der Krieg? Psst. Diese Lande ist nach unten. Eine Patrouille kommt hierher. Zurückbleiben. Na, wenn der jetzt verschwindet, dann werden die sich wundern. Aufrücken. Da lang. Los jetzt. Das ist ja eine Versammlung hier draußen. Auf mein Zeichen rücken wir ab. Bleibt direkt hinter mir. Das ist ja eine Versammlung hier. Da. 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 Ich kann die Detektion so gelassen. Oh maat, ey, krieg ich nur unter die Trucks durch, was weiß ich. Warte hier einen Moment. Krieg raus, wenn Sie gehen. Und bleib unauffällig. Geduld. Jetzt nichts überstürzen. Bereit halten. Bereit halten. Los. Bereit. Los. Boah, Mann. Ich feier das so, ne? Ich glaub, wir müssen da hoch. Da ist auch noch eine Datei. Bei dem nächsten Level, da wird's kritisch, ey, weil davon zunimmt's manchmal nicht. Scharfschütze. Notausgang im dritten Stock. Da vorne. Ausschritten. Sonst verrennt er unsere Position. Wunderschön. Ausrücken. Alter. Wie ist der gestorben, ey? Wie sah der trocken aus, ey? Ah, ich muss hier hoch, ey? Hat er sich hier bequem gemacht. Oh, hier liegen einfach mal Stingers rum, ey. Der Typ war aber gut ausgerüstet. Und irgendwo kommt man hier, glaub ich, out of map. Obwohl, ne, er war bei Moller Warfare 2, glaub ich, da sind einer, bei Special Ops zusammen durch die Gegend gerannt, hier out of map. Gut. Guten Flug gehabt. Bereich gesichert. Ah, ja, das war hier irgendwo. Immer wachsam bleiben. Wir sind noch nicht durch. Schon klar. Grafisch ist das schon ein Knaller, ey. Der Unterschied einfach mal. Halt! Vergiss es, das ist nur ein Fehler, Köter. Gibt es hier nicht auch einen Erfolg, ey, wenn man den killt und überlebt dann trotzdem? Der sieht nicht allzu freundlich aus. Abstand halten. Wir müssen nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Psch. Rechts. Sicher. Los. Na ja, die Erfolge, die fehlen, die kann man hinterher nochmal nachholen, dann, falls ich jetzt irgendwas vergess. Brauche ich jetzt eigentlich hier alle drei Dateien? Schwierigkeit, Veteraner. Aufmerer Bereich. Sicher. Hier sieht es einfach mal so richtig wohnlich aus, ey. Richtige Wohlfühloase, ne? Aufrücken. Fünfzigtausend Menschen haben in dieser Stadt gelebt. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Tja, so ist das. Von Menschen kreierter Schwachsinn. Ich glaube, wir sind doch jetzt gleich durch hier. Tö, 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 tö. Da lang. Los jetzt. Was, wie am Anfang an dieser Turm, auf den ich herangesummt habe, das war übrigens der Reaktor. Ja, da, der. Das Ding ist hochgegangen. Für die, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, ne? Gibt ja welche, die wissen halt gar nicht. Das ist wirklich passiert hier in der Ukraine, in Tschernobyl. Das ist kein Schwachsinn, ne? Das ist keine Erfindung fürs Spiel. Tschüss.